Herzlich Willkommen zu dem Video Schlangenlinien durch die Bahn 4 Bogen. Bist du schon mal Schlangenlinien mit Außengalopp geritten? Da muss dein Pferd sehr bändig und ausbalancierend sein. Und genau darum soll es im heutigen Video gehen. Schlangenlinien durch die Bahn ist eine ganz vielseitige Übung, da ich ganz unterschiedliche Aspekte an ihr trainieren möchte und sie immer auf das jeweilige Pferd gut zuschneiden und abwandeln kann. Wer mich und meine Videos bereits kennt, der weiß, dass ich mir gerne Pylonen aufstelle, um das punktgenaue Reiten zu trainieren. Das heißt, ich teile mir hier mit den Pylonen wirklich 4 Bogen schön ab und habe so immer Tore, durch die ich reiten kann. Ich beginne zunächst im Schritt und ich kann die Schlangenlinien entweder sehr schön bogenförmig ausreiten, das heißt mit so einer halben großen Beute, wenn es mir wirklich auf Stellung und Biegung ankommt gerade, oder ich wähle, dass mein Pferd wirklich ausbalanciert eine Gerade geht und mache die Linie länger und reite fast bis zur Bande, ehe ich abwende. Dann reite ich mir eine Ecke und eine Gerade und bei der anderen Variante reite ich eher kürzere Geraden mit dann schön ausgeformten Bolten. Ganz wichtig ist es mir wie immer mit meinem Körper, mit meiner Körperdrehung, wirklich dem Pferd gut vorzugeben, wann es abwenden soll und mich wieder ganz gerade zu richten, wenn es wirklich eine schön ausbalancierte Gerade gehen soll. Nun reite ich eine meiner Lieblingsübungen für Pferde, die unterm Reiter wegeilen möchten, weil sie oftmals noch unausbalanciert und jung sind und gerade bei Handwechseln schnell das Gleichgewicht verlieren. Ich reite wieder die vier Bogen, reite aber vor und nach jedem Bogen eine Wolte und das holt die Pferde gut wieder zurück, sie müssen sich durch die kleinere Linie gut aufnehmen, ich muss wenig vorne im Maul machen und dafür reagieren sie besser auf meinen Sitz und auf die Linie und kommen wieder zurück und danach kommt wieder der nächste langgezogene Handwechsel über die Gerade. Ebenso gut ist die Übung, um Kraft aufzubauen, gerade in Rücken und Hinterhand, da in den Wolten das innere Hinterbein immer mehr Last tragen muss und ich auf den Geraden die Schritte danach wieder etwas verlängern kann. Ab A reite ich die Übung jetzt nochmal im Leichtraben. Für Pferde, die eher ein bisschen faul sind, kann man die Übung natürlich auch super im leichten Sitz, im Leichtraben reiten. Ein Augenmerk in den Wendungen liegt bei den Hinterbeinen, dass das äußere Hinterbein genauso schön unter den Schwerpunkt tritt wie das Innere und nicht aus der Wendung ausschert. Sollte das der Fall sein, so kann ich entweder den Schenkel verwahrend nehmen und wenn das noch nicht hilft, um das äußere Hinterbein anzusprechen, dann kann ich ihn gerade oder in Außenstellung reiten oder im Konterschulter herein korrekturmäßig die Wendungen reiten. Wenn ich den Fokus noch mehr auf Richtungswechsel legen möchte, reite ich die Bogen deutlich größer, sodass ich nur ein kleines Stück gerade habe und dann ihn sofort schon wieder umstelle und umbiege. Sollte das der Fall sein, die nächste Variation ist, die Schlangenlinie mit Übergängen zu reiten und auch dafür eignen sich die Pylonen super, dass ich punktgenau wirklich vor den Hütchen durchparieren kann, kurz Schritt gehen kann und nach den Hütchen Lacki wieder antrabe und die Schritt-Trab-Übergänge wandle ich dann hier noch in Schritt-Halten-Übergänge ab, schön geschlossen zwischen den Pylonen. Und dann lobe ich nach einer gelungenen Übung sofort im Schritt am langen Zügel. Die Galopp-Trab-Übergänge reite ich hier mit Lacki mit möglichst wenig Trapp-Schritten, einfach um seine Koordination und Schnelligkeit zu fördern. Natürlich kann man auch beliebig viele Trapp-Schritte zwischen die beiden Galopp-Phasen legen. Galopp-Schritt-Übergänge auf der Geraden zu üben ist super, damit das Pferd nicht direkt auf die neue innere Schulter fällt, sondern schön gerade angaloppiert und die innere Schulter hebt. Mit Polarstern gestalte ich die Aufwärmphase immer besonders lang im Schritt, weil er einfach schon älter ist mit seinen 18 Jahren und ich ihn so optimal vorbereiten kann. Das mache ich am liebsten mit verschiedenen Seitengängen und die kann ich auf unterschiedliche Linien legen. So kann ich hier zum Beispiel den Bogen für ein Schulterherein rechts nutzen, dann gehe ich auf die Gerade, stelle und forme ihn in Ruhe um und nutze den nächsten Bogen für Schulterherein links. Die gleichen Bögen reite ich jetzt mit Polarstern auch im Trawehr und Rohrwehr. Über die einzelnen Seitengänge habe ich schon andere Videos gemacht, die ich dir gerne verlinke. Hier geht es mir nur darum zu zeigen, welche Variationsmöglichkeiten du hast und vielleicht fallen dir ja sogar noch mehr ein, dann schreib mir die gerne in die Kommentare. Kann dein Pferd bereits den Außengalopp auf größeren Linien? So probiere ruhig mal zwei Bogen oder drei Bogen oder sogar vier Bogen durch die Bahn. Das schult unglaublich gut das Gleichgewicht des Pferdes, gibt Kraft in der Hinterhand und man kann hier richtig schön sehen, dass Lucky sich vorne hebt und richtig schön bergauf galoppiert und beweglich in den Schultern ist. Die letzte Variation, die ich dir heute zeigen möchte, sind einzelne fliegende Wechsel, auch punktgenau zwischen den Pylonen geritten und dann wünsche ich dir ganz viel Freude beim Training mit deinem Pferd bei den Übungen. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Tschüss!